Die Skyline Edge Play sorgt für mehr Ambiente in Ihrem Wohnraum. Was hinter der Skyline Edge Play steckt, schauen wir uns in diesem Video gemeinsam an. Die Skyline Edge Play bietet eine Vielzahl an neuen Eigenschaften, mit denen sie sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lässt. Besonders beeindruckend ist die innovative Gestensteuerung. Funktionen wie die Lüfterstufe, Lichtsteuerung oder die Liftfunktion können einfach und intuitiv per Handbewegung ausgeführt werden. Der Lift lässt sich über den neuen Liftsensor aktivieren und die Haube in die gewünschte Position gleiten. Der Liftsensor erkennt dabei die Aufwärts- oder Abwärtsbewegung und passt die Höhe der Skyline an. Über einen weiteren Aktionssensor an der Nutzerseite lassen sich die Lüfterstufen und die Kochfeldbeleuchtung über eine Wischgeste intuitiv steuern. Ohne Berühren kann die Skyline an den Kochvorgang angepasst werden. Alle Funktionen wie Lifthöhe, Lüfterstufe oder Lichteinstellungen können über die Bärbel Plus App gesteuert werden. Durch das Speichern einer Szene kann jeder ihrer Liebsten direkt auf seinen Favoriten zugreifen, wodurch sich der Lift, die Beleuchtung und der Lüfter personalisiert abspeichern lassen. Unabhängig von der digitalen Bedienung ist die Steuerung der Haube ebenfalls über die Bärbel Fernbedienung möglich. Die homogene Kochfeldausleuchtung sorgt für eine optimale Sicht auf das Kochgeschehen, während das neue Bärbel U-Light die Decke der Küche indirekt beleuchtet und ein ausgewogenes Ambiente erzeugt. Ein besonderes Feature der Effektbeleuchtung sind die Bärbel Motion Lights. Bis zu zwölf verschiedene Lichtsequenzen stehen zur Auswahl. Sie bieten eine breite Palette von beruhigenden bis dynamischen Lichteffekten und Farben an. Die neuen Varianten der Skyline Edge sind in den Breiten 100 und 120 cm erhältlich. Die Korpushöhe reduziert sich auf 280 mm. Die neuen Proportionen verleihen der Skyline Edge Play eine moderne und leichte Ästhetik, die durch ihre filigrane Lichtfuge unterstrichen wird. Sie erhalten die Skyline Edge Play in den Farben Schwarz, Mattschwarz, Weiß, Silbergrau und Rahl sowie in den Betriebsarten Umluft oder Permalyse. Wahlweise verfügt die Skyline Edge Play über verschiedene Deckenanschlüsse und Seilverlenkungen. Wir bei Bärbel stehen für eine äußerst einfache Reinigung. Aufklappen, auswischen, sauber. Neben der einfachen Reinigung stehen wir für dauerhafte Effizienz ohne Saugkraftverluste. Ein Bärbel Dunstabzug zieht in 20 Jahren noch wie am ersten Tag und wird nicht lauter.